Wir können euch nicht hören! Ok. Ok. Ja, das ist letztes Jahr schon. Vielleicht kennt das einige. Jetzt kommt Moki Midos. Ihr alle hier, rechts von mir, gib mir ein Mo! M-O! Gib mir ein Mo! 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 Ich fühl ein bisschen lauter. Gib mir ein Mo! Mo! Ok. Ähm, ich habe nichts gehört. Versteht ihr das? Meine Seite schreibt ganz laut Ki. Und zwar viel lauter als die, weil da ging gar nichts. Bei 3. 1, 2, 3! Ki! 1, 2, 3! Ki! Ja. Du brauchst aber alles rumzuschreiben. Hör mal hier. Gib mir ein Mo! Mo! Gib mir ein Mo! Ho! Ho! Gib mir ein Ki! Ki! Ein bisschen lauter. Gib mir ein Ki! Ki! Ho! Ki! Ho! Ki! Ho! Ki! Ho! Ki! Ho! Ki! Ho! Ki! Ki! Ho! Ki! Ki! Ha! Ki! Ho! Ha! Ich bin der Mann, der Stadt war dann von dem. Wir flogen los, die Kranung, gehen doch selbst, wie wir alle fachen, weil wir vollkommen Däger, wollen wir wieder brennen, die Flächen für Sterne, die Massen nach, die Wacken nach, die Flächen für Fälle. Wir machen ein Stück, die Routin, die Hände, die Gapalle, die Schalkenstein, die Hechtigkeit, die Köntefeile, die Röwe, die Flächen, die Helle, doch wenn man Mokin abbeschein, Mokin, das ist die Son, die Siegegabe, und der Kläger, Mokin, es ist der Mokin, Untertitelung des ZDF, 2020 Könnt ihr mehr aufhören? Könnt ihr mehr aufhören? Könnt ihr schneller? Könnt ihr schneller? Schnell noch? Schnell noch? Schnell noch? Schnell noch? Habt ihr schnell in die Kerbe? Ihr seid zu laut!